Hallo Leute und Willkommen zurück zum epischen dritten Level von Barcelona ja nachdem wir viele viele Versuche gebraucht haben und hier ist ein episches Bild oh ja dies so geil die Zeichnung ich glaube das so ein Tank erstellen nein hope attack bull vape see then we see real irgendwas alter da hat jemand echte Störungen ja da hat sie keine Muni ach doch habe ich ja schon gesnackt okay dann habe ich mir irgendwas anderes oh ja ich habe eine doppelt Pistole jetzt ich habe meine Axt weggeworfen wo ist meine Axt verdammte Axt oh hier wurden zwei begraben waschen wir mal hier aufgerissen im Boden die haben den Tank gemacht keine Ahnung ja ich weiß nicht was muss sein oder es ist das Lappen einst zum Bissau und ja der Ort war das etwa 1 zum Bissau und ist es glaube ich da hatten wir schon öfter hier kommt das gleiche mit der Städte gegen gesprungen ist ja ich hab's okay hier ist ein komisches medikett du hast doch als sieben also diese ganze Straße müssen wir komplett entlang und ich weiß er war auch gewaltig du hast behalten oder rohrbombe Koba ist eine rohrbombe und in den lieben ihr ja genau ich nehme an die Kotze und du nimmst dann die von sich mal um weil er hier steht und aus dem ist die kombi kotze und die tage feuer besser ich habe gerade aber davon ist nur sind die zusammen nur am besten töten ich werde die rohmer es alleine schon macht ja jetzt haben wir aber keine rohmer und noch eine rohbombe nein ich meine mein modi der gar nicht so braucht kein einzigen wo bist du ich bin hier hat sie ist auch noch ein wie ich sie alle füste Molli und Bumakotze weiß ich noch nicht aber hier ist auf jeden Fall noch Bumakotze ich will das alles voll nicht beenden müssen die Aufnahme weil ich will am Ende wissen wie viel wir denken wir können ja weiterspringen im Notfall ja es kann man da hinten rein da hinten kann man noch rein hier könnte auch noch was dran sein hier ist ein Golfschläger ja nehme ich mir ich habe den Golfklub du hast dein Rohrbombe ja da lang ein paar angelockt warum hast du mich da lang geworfen hier hier ist nix nur wo lang müssen wir hier rüber um nein oder ich sehe sie nicht ich sehe es nicht geht doch was Alter hier ganz Wörme ja die sind scheiße texturiert also die text also nicht texturiert aber die die sich die Belichtung scheiße Türme sehen generell aus aber Türme sind geil also oben sehen die schon relativ geil aus aber ich stelle mir vor man könnte da hin und dann von da runter ballern oh ja oh ja so eine richtig geile Koop Kampagne bei der einer oben steht und das halt eben machen muss dann der andere laufen muss das wäre mal voll egal ja genau what to do Mr. Watson ah ja hier drin erinnere ich mich hab ich ja auch gesehen das Video wo sie es nicht so fake beleidigt haben ja wo sie alle flamed haben oh ja war so lustig kann man eigentlich für Kronen und T-Spit eigentlich noch Werbung machen die kennt doch eh jeder nein viele Leute noch nicht das müssen wir ändern ich kenne die noch nicht rettet die YouTuber ach genau ich muss ja noch oh fuck Jockey und Tank äh und Charger ich muss ja noch piepen welche Folge waren das na piepen was piepen na ich muss doch piepen was piepen egal ich glaube das war die letzte Folge die wir davor aufgenommen haben der letzte vorletzte was sind die Sonnenfalle im Wasser kann man das Auto ja kann man doch wir haben alle noch leben ja du kannst denke das nehmen ja aber jetzt wissen das hier ist Loll später ja Gott sei Dank hat er jetzt nicht in den Wagen gespuckt das Adler nämlich mit Pinker oder Adler ich nehme ich gebe Nick Pinker das ja gelapst oh ich habe gefühlt zu kommen waren es hat sich ja nur mit M16 wir haben das ist für dich nein jetzt habe ich die falsche Waffe nehmen Schuss Nanta 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 und nur mit Schaden schon gesagt ja und dann kackt er auch ja oh geköpft ein Golfstecker Gott ist das armselig wir können auch einfach vorbeigehen mal gucken wann sie reagiert weil sie vorbeigehen das sind die Levels nämlich fucking hart oh Dinosaurier ähm Hunter ähm smoker fuck off kommt doch rein ey meine Güte waschel Hilfe danke das ist die Tür zu gemacht gut ja damit sie nicht irgendwie rauskommt also zu uns weil die ist ja gelaufen wo auch wie man einfach schon intuitiv einfach wegrennt ne zur Seite geht oh da müssen wir hoch und wette es löst wieder irgendeine scheiß Welle aus Entschuldigung also irgendeine scheiß Welle er ist nicht left for dead was soll ich nicht heilen oder ne wie viel Leben hast du ach du hast ja 44 weil wir haben noch so viele Defis und hier können wir da nicht mehr hin ja stimmt allerdings sicherlich so hier bitte er hat sowieso nicht wer schon nicht erschossen und dann nimmst du n Dinosaurant hier und die Fiblia hat er jetzt werden die Fiblia doch okay die Leiter kommt mit Schade und es ist keine Welle aus noch jetzt kommt die Leiter Fennig komm Niki und der Telefon ja ich hab keine Waffe in der Hand wieso das denn ah ist hier was drin nein leere Sneaker ja voll gut ich hab Niki schützt ja boom da ist ein Gott sieht der behindert aus das ein Spiegel hehehe Painculus ähm ne Vorsicht da ist was Großes böse ich weiß was wir machen müssen wir müssen da wieder so eine Tür aufmachen wie beim Sumpflevel und dann schade nach hast du den eben nicht gecheckt was i da ist ein wo ist der hässlich und dann was sagt das war dann ein Spiegel ah ha ha ich war grad so in Gedanken bei den Zombies das wird da ein Game war ein Spiegel ja das war lustig in Game war ein Spiegel nein aber das war ein in Game gemeint das war gemeint das in Game nicht wir können ja nochmal runter deshalb heil ich mich kurz ok bleibt warte mal ja ich öffne noch nicht ich guck nur ja aber hier hinten ist irgendein special infected das ich bin ganz ehrlich warum machen die die Tür auf wenn die einfach übers Flugzeug klettern können ähm ja das ist der das war ein das war ein dann ist er auch noch Moni jetzt noch runter ja für den Weg die ab wo die Axt-Axt ist besser ja Auer das war natürlich klug ich bin dann ihm gefallen ja dann eben das ist ein bisschen gesprungen die 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 eine die 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 jetzt habe ich 31 Uhr dann war es nicht beim Aatro das so leben Prozent ja ich komme nicht durch jetzt kommt durch da hinten gut fikt auch das ist ein Junge Teil geht oder nicht der oben verteidigen nicht der oben verteidigen nicht der oben verteidigen und wer der sich ab da ist nicht an ich versteck mich ein zweit wurde er heute kann es sein für mich das kann die dvd aber du kannst alter liegt der wix in der fort wer auch und da haben wir das hat er die schadet wo auch nicht aber nicht ausfällt das muss ich mir jetzt einfach gönnen das ist keine Schuld warte warte hier ist der Tänk tot? nix tot wir können ihn defizulieren ich mach schnell die Bedeckung ja soll ich rennen? soll ich rennen? ähm ich schaffe es ich schaffe es gerade ich geh mir mal kurz A drin hinter dir ich geh mir mal kurz A drin weil helft mich hoch ja dann musst du mir hochhennen helft halt LOL wir fix Zombies einfach nur LOL am Arsch drücken was geht doch was geht doch nein geht doch geht doch los los du bist schneller als mich ich bitte dein Adler ich hab schon nix drückt verdammt egal was sie das ich bin mal kurz ab ihr kommt schon mal rein hinter dir aber jetzt hab ich natürlich auch die Zermi gemacht ok du hast du mal kurz geworfen ich werfen mich auf Achtung schieseln noch noch eine kotze ok soll schießen? ja wow ich sollte nicht erforschen ich kann nicht mehr rein rennen einfach ok oh da hab ich ein Zermi zerfetzt wieso? wir werden da links da befassen dann ach so ich halte ich ich decke den einfach den Rücken ich muss nur einer von uns schaffen ja komm am besten so weit und falls du im Dings bist im Telefon mach einfach die Tür zu ich bin ganz beschenkt jetzt nicht umverstanden mach so halb durch du bist drin ich bin gleich da ich heil mich kurz ok ich lade wie die Erheilung Metzl Metzl da Metzl und an den Zermi kann ich mich auch noch erinnern das geschafft wieder meine kurze Folge mit 14 Sekunden äh 14 Minuten oh hab ich den Tag der mitgemacht Alter ich bin nicht gestört nein gut gut dann kommt jetzt das letzte der war voll einfach der Level ja war was also relativ er war nicht voll einfach aber ich glaube das war voll einfach jung ich bin da voll easy durch gut sag mir wenn du drin bist äh ich kann ja schon mal die Aufnahme beenden dann danke ich fürs Zuschauen wieso ne wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss bis zum nächsten Mal euer DCG 3 2 4 5 4